moin leute schön dass ihr wieder eingeschaltet habt es ist wieder sonntag es ist wieder fortnight zeit beziehungsweise community stream zeit ja und da werden wir heute wieder ein bisschen was töten so springen wir mal rüber so man sieht was das ist gut guck mal codbus ist auch da ich springe rüber zu so ist guten abend wo ich höre ich gar nicht bis sehr leise noch näher geht das mikrofon nicht jetzt ist gut ja jetzt ist perfekt bis an der cover unterwegs ich bin mit der ps5 trainer ja das sehe ich das sehe ich also und da ist ein anderer gamertag das team ist wieder vereint ja genau die fantastischen vier sind da jetzt bin ich auch nur schon eben heute ich war auch nicht so oft und mein tatsächlich ist meine ps5 und wenn er war ich ziemlich alleine also irgendwie aber ich habe eine neue maus mir was ist denn hier los ein geruckel wie die sau weil hier erwachsene spielen und der luis fortnight verboten genau setzt sich durch oder was geht denn hier gerade ab 12 frames irgendwas ist ja gerade sehr merkwürdig es ist sehr merkwürdig ja hier läuft es gerade auf zwölf frames jetzt geht es wieder spritzen das kann man jetzt auch verstehen mit dem spritzen und sie erstmal gucken hier mit der ach so war das bei dir auch okay hatte ich auch gerade ich habe mal eingefrorenen bildschirm jetzt geht es gerade wieder bei mir sehen auf zwölf frames runter was haben wir denn hier alles was habe ich hier für einen scheuerharten warte mal ich muss mal die bi ein bisschen ich habe die ganzen böse mietz katze getötet mietz 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 das weiß ich habe noch ein bisschen mehr noch diese nuttendiesel puller hier ja ne ich brauche gerade ein moment hat doch mitgetötter oh gott ist die die ist sehr schnell immer so muss ich mich jetzt echt mal dran gewöhnen die andere war doch kaputt die gaming maus ist doch irgendwann kaputt gegangen und dann hatte ich nur so eine pc maus und microsoft standard maus und das habe ich meine geholt aber mit 16.000 dpi dies etwas flink muss ich vorsichtig sein dann gewöhnen erstmal sachen abbauen wenn wir vom bau und spielen probieren zu bauen tatsächlich so dass zähne ja und dann drücken und es dort ja ewig man kann so schnell machen wenn man geübt ist aber auf kontrolle und dann bauen also nicht bauen ist das ist ja gar nicht meine welt macht das wieder weg ich bin dann der einzige der bauten nächste runde können wir wieder wechseln jaja vorher steigt mal ein genau wie kriegt das bauen freu dich du dass dabei sind juhu wie kriegt du das bauen wieder weg ich will das wieder weg haben mit dem scheiß bauen ich bin kreis glaube der frau mit tazatur so verdammt was ist das denn gefahr mit elf mit elf geht es wieder weg ok sauber gelandet alles die maus schnell oh cool schießen also den einen zimmer von euch habe ich ein gerissen versiehentlich weiß was da schlägt das schon wieder so jetzt geht es wieder aber heftig 20 frames runter was leckt warum schießt du nicht okay irgendwie ist es nicht so funktionsfähig ich habe eine hakenkarte ich habe eine hakenkarte eine hakenkarte ja die habe ich auch abfahrt die ist eigentlich für die autos zum ist sie oder ist sie eigentlich eigentlich ich höre dinge du hörst dinge das kann man es auch verstehen wie man möchte das war glaube ich ein bisschen zu optimistisch wir wollen die maus ich muss im spiel mal die sensibilität und drehen das mache ich jetzt wo das wird es hier habe ich ja 30 oder so ursprünglich ich habe was gutes gefunden das sieht schon besser aus sehr gut was hallo geht es noch ok alle kommen her ich bin zu einer markierung geflogen und dabei läuft noch metal musik ja doch den riff habe ich gehört metal musik geile metallica ja ich höre schon mal ein auto ja ich höre schon mal ein auto also ich habe ein auto was Nate sehr gut findet aha ist das ein geruckel was denn da los oh schießen naja solange nicht scheißen also was klappen so ist mein auto ist wieder repariert ich mache jetzt gut vor dir ich mache jetzt gut vor dir hm ich mache krass gut es ist gut es ist weißt du noch wo wir da so eine spezialrolle mit dem auto gekriegt haben das sah cool aus eine spezialrolle ja vor allem bin ich auch mal auf dem dach gelandet hm hm sauber ich wollte gerade sagen was sind das so für Geräusche ja das ist auch da links 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 jetzt rechts muss er denn jetzt hin da hinter euch ja das ist ja das ist ja da vorne da 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 vor ah hab ihn angefahren Oh, die hat eine Power-Rüstung. Das ist ja auch so. Das ist ja so. Das ist ja so. Hast du einen Bot? Bitte? Wow. Achstreck mich doch nicht so. So. Ab denn rein? Mhm. Er ist mal hier. Stimmt. Oh, Bedeihung. Oh, Gitarre. Nein, Gitarre. Die Gitarre ist voll gut, wenn man abhauen will. Oh, 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 oh. Ab ihn. Irgendwie ballert auf mich grad. Jo. Die Handschuhe sind auch gut, mitte. Handschuhe? Ja, da. Ja, da. Ja, genau. Ja, genau. Ganz im Nacken, so wie die Hades-Ketten fast. Ah, ja, okay. Scheiße, ich habe einen Gegner in meiner Karre. Hier unten. Ja. Ja. Da ist, ich bin down. Oh, oh. Ja. Bin komplett tot. Oh. So, dann wechseln wir mal in den Spielmodus. Wechseln wir mal in den Spielmodus. Was ist denn da? Ich bin so einfach in den Spielmodus. Nehmen wir mal in den Spielmodus. ich will mit täglicher zeug haben irgendwie was geschenkt oder so nicht nicht bei worten so eine frechheit musik ich kann auch was der mann mit der eisernen maske so hat irgendjemand schon den den headfield skin welchen gibt es mehrere nicht schon hier bei mir gibt es mutter was gibt es bei dir ja ich war gerade schon bei dir aber das höre ich nicht das muss urheberrecht gemäß sein das ist urheberrecht gemäß ist die sicht ja genau nämlich gerade andersrum das ist urheberrechts ganz schön rechts heute ganz schön braun geworden war es in urlaub ja im osten ja im osten oh der war böse der war jetzt böse der war jetzt böse der war jetzt richtig böse ich bin ganz schön braun geworden erhält ja komm ich bin mal ein rosa hoverboard angeflogen oh Gott ich bin ganz schön braun geworden ja bald habe ich urlaub ich auch was ein glück ja ich habe vier wochen und einen tag haben ich ja gut oh das geil ich nur eine woche aber immerhin dann können wir die woche ja voll ausnutzen ja habe ich tatsächlich vor mal gucken ob es klappt was ist denn heute eigentlich los es hängt schon wieder so an mein vater ist kein glas aber vorsteher warum steht hier jetzt beim arm das kann man jetzt auch verstehen wie man möchte naja woher weil hier ist schon einer ach jetzt ist der nächste gekommen ja ne ist dasselbe so your mom ja ich habe deine mutter gekickt das könnte ihr gefallen haben wenn man dazu piert ist dass da noch einer reinkommen kann weil es fortnite ist für fortnite oh ich hab gitarre muss jetzt aber erstmal gucken ich weiß nämlich auch kann ich wo ich das einschränken kann ist grad nicht möglich ja oben glaube ich hier oben ist nichts naja geben sie sich sofort zu erkennen äh kannst du auch big mama gewesen sein sind wir etwa in big mamas haus ja kann es sein sie würde wahrscheinlich mit ihrem gewicht uns gleich ausquetschen uns heute mit ihrem gewicht oh der boss kommt gleich meinst du ja hier kommt gleich ein boss rumgefahren ich will gerne aus mit der junge und die war arm komm 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 hier vielleicht überleben wir ja länger alter hier läuft schon wieder anime musik anime musik Ja wirklich, das könnte aus dem Anime-Entro sein hier. Achso, du meinst das Deano? Ja ne, hier. Mission, was machst du hier? Hier auf die Seite. Oh, da kommt. Halte diesen Wagen auf. Hör'n, hör'n. Oh, andere Waffe. Waffe. Oh wow. Hör'n, hör'n. Hör'n, hör'n. Wow. Oh. Okay, dann. Hör'n, hör'n, hör'n. Hör'n, 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 hör'n. Hör'n, hör'n. Hör'n, hör'n. Achso, das ist ein Laserturm. Ja, aufs Ding, würd' ich auch mal sehen. Ist die Karre schraub, dass die nicht fährt? Halte. Also, ich würd' sagen, Maeve steigt ein. Irgendeiner, der nicht laggt. Aber schnell. Ja, ist wahrscheinlich besser. So, stimmt. So, stimmt. Der Bus lag gar nicht. Ja, dann komm zu mir rein. Gleich. Jetzt. Nö, nö, alles gut. Ich hab' den Bus. Genau. Ja, ich brauch' einen bei mir drinne, der gut zählen kann und nicht laggt. Oh, schlechtes Wetter hier. Ja, weil einen brauch' ich definitiv drinne, weil ich bin ein Boss-Auto. Ich bin schon der Stärkere. Ja, ich brauch' einen Medkick, ich hab' nur noch vier AP. Ich kann nur fahren, aber nicht schießen. Ja, ich brauch' einen Schützen. Weil da, ansonsten, weil das, ansonsten ist das Auto nämlich zu schade drum. Ich fahr' ich besser als mein Kumpel heute Nachmittag. Wir haben uns viermal gepackt auf dem Dach. Ja, okay. So, mal sehen, wir wollen, wie sehen wir es finden. Ach, Mia, es gibt doch was Neues. Die haben, äh, die Homepage dicht gemacht. Ja. Dann hab' ich eine neue gebastelt. Das ist jetzt Homepage und Shop zusammen. Sieht recht cool aus. Kannst doch mal reinschauen. Ob das zu sagt. Das haben Sie deine Homepage dicht gemacht. Der Anbieter von Stream Elements ist nicht mehr da. Die haben den direkt verwiesen an einen weiteren Anbieter. Und der ist ziemlich cool. Also, ist eine schöne Seite geworden, finde ich. Muss ja nur noch mehr Produkte reinmachen. Die haben 233 Produkte zur Auswahl. Unter anderem Kinderklamotten, Rucksäcke, Schuhe. Und Michel fährt mir in den Hintern rein. Michel sollte vielleicht im Bus umsteigen. Ja. Oh, was? Oh, Alter. Ich glaub, das war euch da. Oh, scheiße. Oh, scheiße. Vielleicht wie hier Donate. Do nots. Okay, aber ich muss ja mal ein bisschen an der Maus rum spielen. Äh, das kann man jetzt ab, ähm, Fahrstuhl stehen. Ich wünsche es geben, ich wünsche es geben Grund dazu. Ja, das ist zu viel. Ach, ich tanke wieder die Karre. So ist sie immerhin wieder vollgetankt. Also was lahmeres wie, also was lahmeres wie den Bus hab ich noch die gefahren. Ja, der ist schon nicht ohne. Und, äh, mit dem Nitro geht es einigermaßen mit dem, äh, Vorwärtskampf. Geh vorne auf dem Weg, dann doch hier. Fein. Ha! Treffer! Oh, nein, nein! Oh! Kann man die wieder umdrehen? Ja, die kann man drehen. Ja, die kann man drehen. Sie sind mal ab. Hier vor uns. Okay, vorne. Ha! Voll gegen die Wand. Okay, ja. Und aufgeworfen habe ich ihn auf. Oh, okay. Dann raus. Ja. He, die Karre fährt ich nicht. Hab ihn. He, 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 he. Ich hab ihn überfahren. Warte, finish ich immer. Hier. Feuer frei. Nein. Also, wir kommen gleich hin. Ja. Sehen wir von hier oben. Ja. Wir kommen auch klar. Hab nur die Karre aufgebockt. Ja, ich werd mal reparieren fahren. Was heißt reparieren fahren? Ja, ich hab mich nicht. Ich will nicht laufen. Ich bin voll mit Schock. Einen wunderschönen guten Abend. Na, alles gut bei dich. Ach, hi. Wer zum Geier. Geier? Also, ich bin jetzt down. Ich hab jetzt das Down-Syndrom. System of a down. Ich bin auf dem Weg. Bin tot. Wie viele sind es? Wie gestorben waren. Zwei. Ich hatte eben das Down-Syndrom. Hab einen angefahren. Ja, im Auto ist noch einer. Der fährt nicht jetzt an. Weil er versucht's zumindest. Oh, wo, 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 wo. Der Power gehabt hier. Ich hab ihn. Ja, hier. Gib mir was. Wer schlägt im Bus drin? Ich. Hey. Wer steckt bei mir drin? Wer steckt bei mir drin? Bei dir steckt einer drin? Ja, der im Auto. Ja, Toff, ich weiß auch nicht. Das leckt auch wie Sau heute. Muss mal drauf achten. Der geht mal runter auf 12 Frames. Übel. Und. Und. Kommt ihr euch mal um. Ne, das Karte. Ich verfolge ihn. Und mit verfolgen meine ich. Ich bin mit dem Auto. Mission. Ah. Das wollte ich. Ah, verdammt. So, dann hat er bis Medikit geklaut. Ja. Ich hatte nur noch 14 AP. Ja, gut. Ne, ich hab's da nicht gemacht. So, okay. Dann probieren wir mal zum Meve zu kommen. Mit dem Fäusten kannst du auch den Bus befreien. Nö, der hängt ja. Ja, aber du kannst gegen den Krill und dann kannst du ihn befreien. So. Ah. Ah, okay. Dann kannst du ihn dagegen hauen. So, ich hab dich. Kann blöderweise seinen Turm nicht verdient. Ich hab die Karte. Ich hab die Karte. Ich hab auch Karte. Und die Karte, was war denn das denn? Ah, dann hab ich's so für uns beide geholt vielleicht. Oder für alle. Was das denn? Schlepphaken kann man. Mh, mach mal den mit. Hab ihn. Ja, warte, ich hole Meve von hier. Müsste jetzt schon gehen. Ich bin gleich fertig, Kio. Danke, Kattus. Also, ich bin jetzt... Hab einen kleinen Roadshow mit dem gemacht. Vor allem spannend. Ja, es sieht lustig aus. Was macht ihr da? Ja, ich hab ihn jetzt umgebracht. Er wollte ja seine Mates wiederbeleben, also muss er hier aussteigen. Und ich hab ihn dann ein bisschen umgebracht. Das bin ich nicht. Macht er doch immer gerne. Ich bin nur nicht mal in der Nähe. Wer hat mich dann überfahren? Keine Ahnung. Ich bin ganz woanders wie du. Guck mal auf die Karte. So, ich hab wieder Platz für einen Beifahrer. Okay, ich komm. Warte, 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 warte. Jetzt fährt er weg. Aber er wird auch noch nicht. Dann auch nicht an deinen Fabian. Mh, hui. Wir machen Bagels, äh, Donuts. Ja, ne, ich spiel Rocket League. Haha. Oh. Na, der kann aber gut fliegen. Haha. Ja, find ich auch, ne? Mhm. Mal hat er den unendlich Sprit. Unendlich Sprit. Also bei den Spritpreisen ist ja wohl gut. Ja, absolut. Ich war grad gestern tanken. Hat mir wehgetan. War noch nie tanken. Naja. Freu dich drauf. Der Rest vom Monat gibt's wieder Gemüsebrühe. Einmal tanken und Gemüsebrühe. Ja, genau. Mit dem Monat rauskommen. Haha. Hehehe. Huuuu. Hehe. Hier, geh mal auf die Insel. Dann kriegst du ne... Also das ist ne Aufgabe. Huuuu. Oh. Hier sieht anders aus. So. Besuche die Schwedene Metallica-Insel. Oh, geil. Jetzt komm wieder runter. Am besten ohne, dass du runter fliegst. Ja. Ich würd's eigentlich gerne das Konzert gucken. Ich hör's noch nicht. Schweinei wieder. So. Wo seid ihr denn? Ich will mich darum, im Konzert zu gucken und mit Daumen zu siechen. W � t h 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 Ich habe mich mit dem Bus auf die Insel hochgelöstet. Oh cool, das geht. Ja geil. Autokino. Oh nein. Ja, wir sind auch schon oben gewesen. Ab ins Autokino. Ich stehe mit dem Bus genau da oben. Oh ja, ich sehe euch. Easy, easy. Wer kann schon von sich behaupten, den Ding es nach oben geschafft zu haben, was? Ja, und wir haben die schön gestoppt, bevor was passiert. Ist da jemand, ne? Also, ich bin bald übergefahren. Ich habe gerade blöderweise sehr viel Schaden genommen und die Tankstelle hat irgendwer hochgejagt. Ja. Also, ich bin nun schon gewesen. I believe I can fly. Hehehe. Oh, wieder. Warte nicht, so schnell sind wir die, äh, sind Trotbus und ich nicht mit dir... Ich bin das Jesus-Auto, ich kann auf Wasser fahren. Ja. Da vorne ist einer. Hehehehe. Ja, das höre ich, das passt. Titanicmusik. Na, ist wohl ausgestiegen. Warum sehe ich da keinen? Bin ich? Da oben? Oh, da oben. Alles voll. Malta. 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 Hier bei mir. Oha. Alter, der hat mir genau zwischen die Augen geschossen, der Sack. Scheibenkleistern. Ja. Diese Hände müssen dringend weg. Auch diese, auch diese Hände können zärtlich sein. Noob Down, Noob Down, genau. Ja, es ist interessant. Black Noob Down passt jetzt leider nicht. Aber Alan Wake ist wieder eingeschlafen. Ja. Er hat die Pelle. Hehehe. Hä? Oha, Mia, ich zeig dir mal kurz was. Ich hab den Übergang gebastelt. Muss nur funktionieren. Jetzt. Oho. Tadaa. Beautiful. Hehehe. 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 Zweiter. Immerhin. Immerhin zweiter. Ja. Der zweite Gewinner ist der erste Verlierer. Danke mir. Danke mir. Hehehe. Wer nicht gewinnt, ist immer ein Verlierer. Richtig. So. Wake me up before you go cold. Hehehe. Hehehe. Ja. Luis, dann kannst du eine Runde spielen. Ich bitte alles unterden. Einmal weg. Dan-